Hallo zurück, hallo zu meiner Mega-Serie über Musikproduktion. Wir sind mittlerweile bei der Vocal-Produktion angelangt und falls du jetzt erst dich dazugeschaltet hast, die Serie jetzt erst gefunden hast, falls du alle Teile dieser Serie sehen möchtest, in der ich einen kompletten Song arrangiere und abmische, dann habe ich dir die komplette Playlist unten in der Infobox verlinkt. Da kannst du dir alle 30 Teile, ja, es sind tatsächlich 30 Teile, die kannst du dir von vorne bis hinten angucken. Okay, nachdem wir jetzt gestern und vorgestern die Vocals mit, also die Lead-Vocals mit EQ bearbeitet haben und mit Kompression, haben wir die Vocals weiter nach vorne gebracht, weiter durch den Mix stechen lassen, besser gemacht, präsenter gemacht, was aber auch präsenter geworden ist, ist was, wir hören mal rein. Sind die richtig S-Laute. Ja, und deswegen müssen wir, bevor wir die Vocals jetzt noch ein bisschen anfetten morgen, erst noch ein bisschen Fleißarbeit machen und wir müssen mit einem D-Esser die S-Laute, die jetzt sehr präsent geworden sind, noch ein bisschen runterfahren. Ich benutze hier direkt den D-Esser von Logic, den D-Esser 2. Der alte D-Esser ist hier ausgewechselt worden mit dem Update Logic 10.5. Übrigens kleiner Hack für Logic User ganz kurz, falls du auf den alten D-Esser zugreifen möchtest, falls du gar nicht auf ihn verzichten kannst, den blöd findest oder irgendein anderes altes Plug-in suchst, drückst du einfach die Option-Taste, gehst hier drauf und dann kannst du hier auf ältere Versionen gehen. Und hier ist auch noch der alte D-Esser, der alte D-Neuser, das Gold Reverb, Platinum Reverb, alle die Sachen, die hier sonst nicht mehr sind, die kannst du hier finden. Also einfach mit der Alt-Taste hier in den Kanalzug drücken bei den Audioeffekten, dann kommt hier die Option ältere Versionen. Also das nur ganz kurz für Logic User. Jetzt geht's los. Ein D-Esser ist im Prinzip ein sehr schneller Kompressor, der hohe Frequenzen komprimiert, um sie leiser zu machen und den restlichen Frequenzbereich des Signals unberührt lässt. Die D-Esser funktionieren alle so ein bisschen ähnlich und haben auch ähnliche Parameter. Insofern kannst du auch, wenn du jetzt nicht Logic's D-Esser benutzt, sondern irgendeinen anderen, solltest du hier folgen können bei den Arbeitsschritten. Ich gehe immer so vor, dass ich zunächst mal Filter Solo schalte. Das hat eigentlich jeder Kompressor. Und ich suche jetzt die Frequenz heraus, wo ich die S-Laute sehr stark höre. Ich habe auch noch die Möglichkeit, hier einen Filter, einen Bell-Filter über einen Bell-Filter abzusenken oder über einen Shelving-Filter. Ich mache das über einen Shelving-Filter, dass ich ein breiteres Frequenzspektrum abdecken kann. Und jetzt schalte ich hier einfach auf Filter Solo, sodass ich die S-Laute oder den Frequenzbereich raushören kann, wo die S-Laute wirklich richtig laut sind. Wow, kann man kaum anhören. Also hier um die 4700 Hertz habe ich jetzt das meiste gehört. Das ist schon sehr krass. Das ist auch immer so, wenn du mit EQ und Kompression arbeitest, holst du natürlich die Wolken nach vorne. Aber du holst auch, wenn ein Sänger sehr starke Sibilanten hat, die holst du eben auch mit nach vorne. Und da kannst du dann mit einem guten Deesser dagegen arbeiten. Okay, ich habe jetzt meine Frequenz gefunden. Das ist jetzt 4700 Hertz, haben wir gesagt. Filter Solo schalte ich aus. Und jetzt kann ich über die Threshold, die ziemlich genau gleich funktioniert wie bei einem Kompressor, einfach raussuchen, ab wann der Kompressor greift. Und ich kann die maximale Reduktion festlegen. Wenn ich die zu hoch einstelle, dann wird bei S-Laute entstehen auf einmal Lücken im Gesang, was nicht so gut wäre. Und wenn ich sie zu niedrig einstelle, kommt die S-Laute noch genauer durch. Das heißt, ich spiele jetzt mit diesen beiden Parametern hier rum. Hier unten habe ich noch die Optionen unter Range, also Split and Wide. Bei Split wird nur der Frequenzbereich innerhalb des festgelegten Frequenzbandes hier komprimiert. Und bei Range das komplette Signal. Für Vocals möchte ich jetzt tatsächlich nur den innerhalb des festgelegten Frequenzbereichs komprimieren und wähle deswegen Split. Jetzt lasse ich es nochmal laufen, vielleicht zusammen mit den Gitarren, dass ich das ein bisschen besser im Gefühl habe und den Mix ein bisschen besser nachvollziehen kann. Und versuche jetzt über Threshold und Reduction so einzustellen, dass ihre Stimme möglichst natürlich klingt, dass ich aber die S-Laute leiser bekomme. Jetzt Lispel ziehe, ja, das heißt, ich habe die Threshold so weit nach unten gezogen. Dann machen wir mal kurz direkter Vergleich. Ohne und mit die S-Laute dann. Und mit. Sehr guter Unterschied, also kann man sehr gut hören hier. Sehr guter Unterschied. Auf jeden Fall ein ordentliches Ergebnis mit dem DSR2. Man hört, sie hat zwar sehr laute Sibilanten immer noch, aber ich finde, wir haben jetzt die so weit reduziert, dass sie nicht mehr nervig klingen im Mix und dass es einigermaßen natürlich klingt. Apropos Problemfrequenzen. Da gibt es nicht nur Sibilanten, sondern da gibt es noch andere Frequenzbereiche, die Ärger im Mix machen. Das sind sechs Hauptfrequenzbereiche, die immer wieder Probleme im Mix machen und die du unbedingt kennen solltest. Falls du die noch nicht kennst, habe ich dir ein PDF vorbereitet. Da beschreibe ich dir diese sechs Problemfrequenzen ganz genau und was du tun kannst, wenn sie in deinem Mix irgendwie Ärger verursachen. Das habe ich in einem PDF zusammengefasst. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir das runterladen. Es interessiert mich natürlich noch, mit welchem DSR arbeitest du? Hast du einen guten DSR in deiner DAW, den du benutzt? Oder hast du eben keinen guten DSR und benutzt ein Plugin von einem Trittanbieter? Das würde mich wirklich interessieren. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn dir dieses Video hier weitergeholfen hat, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhilft. Morgen geht es dann weiter. Wir werden versuchen, die Vocals ein bisschen in die Stereo-Breite ziehen, sie noch ein bisschen mit Hall zu versehen, um sie in die Tiefe des Mixes zu bringen. Und ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Viele Grüße aus Alicante. Viele Grüße bis hoffentlich morgen zu Teil Nummer 16. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.